George Bernhard Shaw sagte, im Mittelalter glaubten die Leute, die Erde sei flach, wofür sie zumindest den Nachweis ihrer Sinne hatten. Wir glauben, dass sie rund ist, nicht weil so viele wie ein Prozent von uns die physikalischen Gründe für solch eine wundersame Ansicht geben können, sondern weil die moderne Wissenschaft uns überzeugt hat, dass nichts Offensichtliches wahr ist und dass alles, was magisch, unwahrscheinlich, außergewöhnlich, riesig, mikroskopisch klein, herzlos oder abscheulich, wissenschaftlich ist. Wie George Bernhard Shaw äußerte, hat die moderne Astronomie die Welt uneingeschränkt überzeugt, dass nichts, was offensichtlich ist, wahr ist. Es ist offensichtlich, dass die Erde flach ist und doch, sagen sie, sie wäre gekrümmt. Es ist offensichtlich, dass die Erde sich nicht bewegt und doch, sagen sie, sie bewegt sich. Es ist offensichtlich, dass die Himmel sich um uns drehen, doch sie sagen, dass wir es sind, die sich drehen. Es ist offensichtlich, dass die Sterne Sterne sind, doch sie sagen, dass die Sterne Sonnen sind. Es ist offensichtlich, dass die Sonne größer ist als die Sterne, doch sie sagen, dass die Sterne größer sind als die Sonne. Es ist offensichtlich, dass Sonne und Mond gleich groß sind, doch sie sagen, die Sonne wäre 400 Mal größer. Es ist offensichtlich, dass die Erde der einzige Planet ist, doch sie sagen, dass es über eine Septilion, also eine 10 mit 42 Nullen, Planeten gibt. Es ist offensichtlich, dass oben oben ist und unten unten, doch sie sagen, dass das nicht so ist. David Wardlow Scott schrieb, Beim modernen Astronomen gibt es theoretisch weder oben noch unten. Obwohl jeder seiner Blicke nach oben zu den Himmeln oder nach unten zum Boden seine Theorie Lügen straft. Solche Verwirrung des Geistes ist wirklich zu bemitleiden. William Carpenter schrieb, Der Astronom Denison Olmsted sagt bei der Beschreibung eines Schaubildes, das die Erde als eine Kugel zeigen soll, mit dem Bild eines Menschen, der an jeder Seite aufrecht steht und einer an der Unterseite der Kugel aufrecht kopfüber hängt, Wir sollten an diesem Punkt verweilen, bis er uns als wirklich oben erscheint, hinsichtlich der Figur, welche er oben auf die Kugel setzte. Nun, ein philosophisches System, welches von uns erfordert, beim Verweilen an einer Absurdität wirklich unseren Verstand auszuschalten, bis wir denken, es wäre eine Tatsache, kann nicht ein System sein, welches auf Gottes Wahrheit aufgebaut ist, eines, das nie etwas derartiges verlangt. Da jedoch die heutige, bekannte theoretische Astronomie dies verlangt, ist es belegt, dass dies die verkehrte Sache ist und dass diese Schlussfolgerung uns den Beweis liefert, dass die Erde keine Kugel ist. Zitat Ende S. G. Fowler schrieb, Die physikalischen Eigenschaften einer massiven Kugel würden unüberbrückbare Schwierigkeiten für das Mensch genannte Lebewesen schaffen, da der Mensch ein zweibeiniges, glattfüßiges, klauenloses und schwergebautes Geschöpf ist. Man stelle sich ihn an der Außenseite einer Kugel beim bekannten 34. Grad südlicher Breite vor. Er hat seine Stiefel an und sein Kopf wird 34 Grad abstehend zu seinen Füßen heruntergedrückt. Er hat seine Stiefel angezogen von der Mitte der Erdkugel, wo der große Magnet sitzt. Stelle ihn dir vor, wie er herunter in die gasförmige Leere schaut, mit seinen Augen, die aus den Höhlen treten, und fast stirbt vor Angst und seinen Gebeten, dass seine genagelten Stiefel nicht in ihrem Magnetismus nachlassen. Kein Wunder, dass das Hirn der Welt verwirrt wurde. Der Leser wurde durch den dümmsten, offenkundigen Schwindel, der je vollführt wurde, ausgetrickst. Es sollte offensichtlich sein, dass oben wirklich oben ist, dass flach wirklich flach ist und ruhend wirklich ruhend ist. Es sollte offensichtlich sein, dass das Universum von einem intelligenten Gestalter intelligent gestaltet wurde, zweckmäßig geschaffen von einem zweckmäßigen Schöpfer. Doch haben die moderne Wissenschaft und Astronomie durch Jahrhunderte der Täuschung und der Manipulation das Offensichtliche verschleiert und die Menschen bezüglich der schlichten Wahrheit geblendet. E. Eskini schrieb, Die eine Sache, die das Märchen der drehenden Erde vollbracht hat, ist, dass sie die furchtbare Macht der Lüge demonstriert hat. Die Lüge hat die Macht, einen Menschen zu einem geistigen Sklaven zu machen, sodass er es nicht wagt, seinen eigenen Sinnen zu trauen. Die deutliche und offensichtliche Bewegung der Sonne, die er vor sich sieht, zu bestreiten. Wenn er sich selbst auf einer Erde bar jeder Bewegung fühlt, er bei der Einflüsterung von anderem bereit ist, einzuwilligen, dass er sich wild herumwirbelt. Wenn er einen Vogel fliegen und oberhalb des Bodens schweifen sieht, ist er bereit zu glauben, dass er in Wirklichkeit sehr viel schneller ist als der Vogel und letztlich, um die Vorstellung eines Irren aufrechtzuerhalten, ist er bereit, seinen Schöpfer zu beschuldigen, ihn in die Irre geführt zu haben. Zitat Ende Die Wahrheit ist, dass die Erde kein Planet ist, sie ist Plan. Anders als die Höhlen und Tiefen von Bergen und Tälern hat die Erde keine Krümmung oder Ausbuchtung und ist immer und überall flach. Genau so, wie es auch erscheint, drehen sich Sonne, Mond und Sterne, Fix- und Wandelsterne, um eine flache, starre Erde, unbewegliche Mitte des Universums. Der magnetische Nordpol ist die Mitte der Erde und des Universums. Der Nordstern Polaris bleibt immer, bezeichnend an der Spitze des Himmelsgewölbes, während Sonne, Mond und Sterne in kreisenden Zyklen um uns herum wandern. Die Wahrheit ist, dass ruhendes Wasser stets flach ist, der Horizont immer flach ist und alle Kanäle, Tunnel und Eisenbahn ohne auf eine angebliche Krümmung oder Ausbuchtung der Erde zu achten gebaut wurden. Das Feuer der Leuchttürme kann auf sagenhafte Entfernungen gesehen werden, was nur auf einer flachen Oberfläche möglich ist. Die Wahrheit ist, dass Flugzeugpiloten keine ständigen Sturzflüge oder ausgleichende Beschleunigung aufgrund der angeblichen Krümmung und Rotation des Erdballs machen. Die Wahrheit ist, dass Seeleute beim Navigieren keine sphärischen Berechnungen machen, sondern die plane Trigonometrie. David Wardlaw Scott schrieb, Vernünftige Leute sehen die Salisbury-Ebene als eben und den Windermere-See als waagerecht. Aber unsere Astronomen sagen, dass dies alles ein Irrtum ist, dass wir unseren Augen nicht trauen können, wenn wir diese oder andere Orte als waagerecht betrachten, sondern dass wir daran glauben sollten, was sie uns erzählen, nämlich dass die Salisbury-Ebene, der Windermere-See sowie sämtliche Ebenen, Seen und Orte auf der Welt sowie der weite Pazifik und alle anderen Meere nur ein Teil einer großen Erdkugel sind und daher eine Krümmung haben müssen und nebenbei, wie wunderbar, all das zusammen mit einer Geschwindigkeit von 100.000 kmh um die Sonne rast. Sie geben uns ihre Berechnungen dieser theoretischen Krümmung, basierend auf dem 40.000 km Umfang der Erde am Äquator, als 20 cm auf der ersten Meile, also 1,6 km, 80 cm auf der zweiten Meile, also 3,2 km, 1,8 m auf der dritten, 4,8 km und so weiter. Die Regel ist, die Anzahl der Kilometer zwischen dem Betrachter und dem Objekt hoch 2, dann das Ergebnis mit den 20 cm zu multiplizieren und durch 12 zu teilen, um auf den Fuß zu kommen. Also ein Fuß gleich 0,3048 m. Der Quotient ergibt die angebliche Krümmung. Zum Nachteil der Astronomen jedoch stimmt die Theorie nicht mit der Tatsache überein, denn diese Krümmungsregel hat sich auf dem Wasser und auf dem Land als verkehrt herausgestellt. Alle Häuser müssen auf einem waagerechten Boden gebaut sein, es wird überhaupt keine Krümmung der Erde genehmigt. Und alle Kompasse deuten gleichzeitig nach Norden und nach Süden, sogar am Äquator, was unanfechtbar beweist, dass das Meer waagerecht ist und daher die Welt nicht kugelförmig ist. Die Wahrheit ist, dass die Antarktis ein riesiger Eiswall ist, der die Meere einbehält und der Südpol nicht existiert. Verschiedene Unterschiede und Unstimmigkeiten zwischen der Arktis und der Antarktis beweisen, dass die Erde keine Kugel ist. Das arktische Phänomen der Mitternachtssonne beweist, dass das Universum geozentrisch ist. Die Wahrheit ist, dass Sonne und Mond göttlich ausgeglichene Gegenspieler sind, geschaffen für Zeichen und Jahreszeiten, die Erde zu beleuchten und den Tag von der Nacht zu scheiden. Der Mond ist nicht bloß ein Reflektor des Sonnenlichts, sondern strahlt nachweisbar sein eigenes einzigartiges Licht aus. Er ist vollkommen selbstleuchtend und halb durchsichtig. Die Wahrheit ist, dass der Mensch nicht auf dem Mond oder Mars war oder je sein wird, weil die Himmelskörper einfach leuchten sind und kein unbekanntes kosmisches Land. Mit der Erde nicht vergleichbar. Die Mond- und Marslandungen waren, sind alle Schwindel, die von Freimauern auf der Erde gedreht und inszeniert wurden. In einer imaginären Erdumlaufbahn befindliche Satelliten und Raumstationen gibt es nicht. Alle Videos und Fotos, die du je von NASA, Hubble oder anderen offiziellen Quellen gesehen hast, sind alle Computeranimationen, CGI. Gravitation gibt es nicht und alle schwebenden Astronauten verwenden einfach Drähte, Bänder oder werden an Bord von Zero-G-Flugzeugen gefilmt. Relativität gibt es nicht und das ist der Grund, warum dir Einstein ständig die Zunge herausstreckt. Die Wahrheit ist, dass das Universum durch einen intelligenten Gestalter intelligent gestaltet wurde, zweckmäßig geschaffen durch einen zweckmäßigen Schöpfer und nicht das willkürliche Ergebnis eines unerklärlichen kosmischen Unfalls. Die Wahrheit ist, dass Leben, Bewusstsein, die sagenhafte, schöne Vielfalt und Vielschichtigkeit der Natur göttlich geschaffen wurde, nicht kalt, blind sich aus Nichts durch Evolution entwickelte. Dr. Woodhouse, Professor der Astronomie an der Universität Cambridge, sagte, Wenn wir in Erwägung ziehen, was die Verfechter einer unbeweglichen und zentralen Position der Erde nachweisen können und ihre himmlischen Phänomene in ihrer Denkweise so genau erklären können, wie wir die unseren, zusätzlich sie die Beweise der Sinne, der Überlieferung und der Tatsachen haben, die zu ihren Gunsten sind, was bei uns nicht der Fall ist, ist es nicht ohne Grund, dass sie die Überlegenheit ihres Systems aufrechterhalten. Zitat Ende Reverend John Wesley sagte Thomas Winship schrieb, Viele waren in der Lage, den Wahn der modernen Astronomie zu durchschauen. Briefe von vielen Leuten bezeugen, dass in einigen Fällen Frauen und Männer begonnen haben, ihren eigenen Verstand zu gebrauchen, welcher durch Hinnahme, ohne den kleinsten Beweis, der unwissenschaftlichen, unvernünftigen, unnatürlichen und heidnischen Lehren, die von Menschen einer leichtgläubigen Öffentlichkeit im Namen der Wissenschaft untergeschoben wurde, verkümmert und gehemmt war. Andere jedoch erzählen, dass die Schreiber den weltweiten und fast vollständig geglaubten Schwindel zu den Löchern der Maulwürfe und Fledermäuse werfen. Jesaja Kapitel 2 Vers 20 Den Schwindel, dass wir auf einer wirbelnden Meer-Land-Kugel leben, die sich schneller als eine Kanonenkugel dreht, durchs Weltall mit einer Geschwindigkeit jenseits der menschlichen Vorstellungskraft rast und mit dem ganzen Sonnensystem mit der 20-fachen Geschwindigkeit ihrer Rotation in eine andere Richtung fliegt. Zitat Ende Bei Wahrheitsforschern wird der Begriff Globalist üblicherweise bei Internationalisten angewendet, Leute, die die neue Weltordnung, NWO, befürworten, aber buchstäblich und passender, wie das Logo der UN-Weltregierung zeigt, bezeichnet das Wort Globalist jene, die den jahrhundertealten Mythos der globalen Erde verkünden. Heliozentrik und der Erdballmythos wurden seit langem durch freimaurerische patriarchale gottlose Sonnenanbeter gefördert. In typischer Art der Sonnenanbeter wurde die Sonne zu dem bedeutendsten und zentralen Gebilde des sogenannten Sonnensystems gemacht. Die Erde wurde zu einem Dasein als bloßer Planet wie die Wandelsterne degradiert. All die Fixsterne wurden auch zu entfernten Sonnen gemacht. Die Sonne wurde zum einzigen Lichtspender ernannt und der Mond zu einem bloßen Reflektor des Sonnenlichts erkoren. Die Sonne wurde zur größten Sache in unserem Teil der Galaxie ernannt, größer als Erde, Mond und Planeten. Durch die Entfernung der Erde als bewegungslose Mitte des Universums haben uns diese Freimaurer physisch und metaphysisch von einem Ort der höchsten Wichtigkeit zu einem Ort der vollkommen wertlosen Gleichgültigkeit degradiert. Wenn die Erde der Mittelpunkt des Universums ist, dann sind die Vorstellungen von Gott, Schöpfung und einem Sinn des menschlichen Daseins strahlend. Aber wenn die Erde nur einer von Milliarden von Planeten ist, sich um Milliarden von Sternen in Milliarden von Galaxien dreht, dann werden die Vorstellungen von Gott, Schöpfung und einem besonderen Sinn der Erde und des menschlichen Daseins höchst unglaubwürdig. Durch die heimliche Indoktrination zu ihrer wissenschaftlichen materialistischen Sonnenanbetung verlieren wir nicht nur den Glauben an etwas jenseits des Materiellen. Wir gewinnen uneingeschränkten Glauben an Materialismus, Oberflächlichkeit, Status, Egoismus, Genuss, Sucht und Konsumverhalten. Wenn es keinen Gott gibt und jeder nur ein Unfall ist, dann ist alles, was wirklich zählt, nur ich, ich, ich. Sie haben die Mutter Gottes, Madonna, zu einer materiellen Frau gemacht, lebend in einer materiellen Welt, Popstar Madonna in ihrem Lied Material Girl. Ihre reichen, mächtigen Konzerne mit ihren raffinierten Sonnenkultlogos, verkaufen uns Götzen zum Anbeten, geduldig die Welt übernehmend, während wir stillschweigend an ihre Wissenschaft glauben, ihre Politiker wählen, ihre Erzeugnisse kaufen, ihre Musik hören und ihre Filme schauen, unsere Seelen auf dem Altar des Materialismus opfernd. David Wardlaw Scott sagte, solch Unstimmigkeiten erinnern mich an die Verwirrung, welche jene in den alten Zeiten befallen hat, die versuchten, den Turm zu Babel zu errichten, als ihre Zungen verwehrt waren und ihre Arbeit zunichte gemacht wurde. Aber kein Wunder, dass ihre Berechnungen alle falsch sind, gehen sie doch von einem falschen Grundsatz aus. Sie nahmen an, dass die Erde ein Planet ist, mit einem Umfang von 40.000 Kilometer, und nahmen ihre Messungen von ihrer angeblichen Mitte und von angeblichen sphärischen Winkeln der Messung der Oberfläche vor. Nochmals, wie konnten solche Messungen denn richtig sein, wenn, wie uns erzählt wird, die Erde schneller als eine Kanonenkugel um die Sonne wirbelt, bei einer Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro Sekunde, eine Kraft, die mehr als ausreicht, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf ihrer Oberfläche in weniger als einer Minute umzubringen. Dann soll die Erde angeblich noch verschiedene andere Bewegungen haben, auf die ich jetzt aber nicht eingehen werde, und ich werde nur ihre angebliche Rotation um ihre imaginäre Achse mit einer Geschwindigkeit am Äquator von 1.600 kmh mit einer Neigung von 23,5 Grad festhalten. Zitat Ende. E. Eskini schrieb, Ptolemäus hat aufgezeigt, dass Sonne und Sterne sich um eine feststehende Erde drehen, aber Kopernikus brachte die Theorie vor, dass es die Erde ist, welche sich um eine feststehende Sonne drehe, während die Sterne fix sind. Und für jede dieser gegensätzlichen Theorien ergibt sich eine gleich befriedigende Erklärung für das Erscheinen der Sonne bei Tage und der Sterne bei Nacht. Kopernikus hat nicht irgendwelche neu entdeckten Fakten präsentiert, um zu zeigen, dass Ptolemäus sich irrte, noch hat er Beweise geliefert, dass er selber richtig lag, aber arbeitete ein System aus, um genauso gut alle Erscheinungen der Himmel zu erklären, wie dies die alten Ägypter taten, jedoch mit einer völlig anderen Theorie hierarbeitend. Und bot so seine neue heliozentrische Theorie als Alternative an. Ptolemäus zeigt sehr genial, dass die Erde der Mittelpunkt der himmlischen Sphäre sein muss. Er wies nach, dass wenn dies nicht der Fall wäre, jeder einzelne Stern sich nicht mit der absoluten Einheitlichkeit bewegen würde, die ihn ausmacht. Er zeigte ebenso, dass die Erde nicht von irgendeiner Position verändernden Bewegung belebt sein kann. Die Erde, so Ptolemäus, Zitat, liegt in der Mitte der himmlischen Sphäre. Wenn die Erde beweglich ausgestattet wäre, würde sie sich nicht ständig an diesem Punkt befinden, sie müsste sich zu anderen Teilen der Sphäre verlagern. Die Wanderungen der Sterne schließen dies jedoch aus, und daher muss die Erde so bar irgendeiner Verschiebungsbewegung sein, wie sie bar jeder Rotation ist. Zitat Ende. Das ptolemäische, geozentrische System herrschte über 1400 Jahre vor, und sogar tausende Jahre vor Ptolemäus war die planetaristische Geozentrik die weithin akzeptierte Wahrheit. Die von Kopernikus, Kepler, Galileo, Newton, Einstein und NASA bekannt gewordene moderne globale Heliozentrik ist jedoch ein vergleichbar junges Glaubenssystem, das einer arglosen Welt seit 500 Jahren untergeschoben wird. Ptolemäus hätte sich nie vorstellen können, dass die wissenschaftlichen Magier der Zukunft so dreist, noch die Öffentlichkeit so leichtgläubig sein würde, zu akzeptieren, dass wir nach hunderten von Millionen Kilometer der angeblichen Umlaufbahn der Erde keine Abweichung der Verschiebung bei den Sternen sehen, einfach weil all die Sterne Trillionen über Trillionen von Kilometern weiter von einem genügend ausreichenden Maßstab entfernt sind, damit keine relative Verschiebung geschieht. Wie praktisch! Wieder eine andere Tatsache, die unseren gesunden Menschenverstand und unsere Erfahrung bestreitet. Lady Blount schrieb, Sie erwarten von uns zu glauben, dass das Land und das Meer zusammen eine fliegende Kugel bilden, von welcher sie als einem festen Himmelskörper sprechen, von der die Astronomen annehmen, dass sie ursprünglich von der Sonne als eine weiche Knetmasse wegkatapultiert wurde, die, als sie sich abkühlte, allmählich verfestigte. Doch können sie nicht eine einzige Tatsache oder einen Beweis für diese an den Haaren herbeigezogene Vorstellung erzeugen, und trotz der Tatsache, dass die Theorie der wirbelnden Erdkugel, sogar laut den Eingeständnissen ihrer Erfinder, der Welt als eine bloße Annahme vorgestellt wurde, ist sie nun als unbestreitbare Wahrheit bekannt. Zitat Ende Dr. Samuel Robotham schrieb, Es heißt von Newton, und es wurde in der Tat von seinen Jüngern darauf bestanden, Man erlaube uns ohne Beweis, was möglich ist, die Existenz von zwei allgemeinen Kräften, Zentrifugal und Zentripetal, oder Anziehung und Abstoßung, und wir werden eine Theorie entwerfen, welche all die führenden Phänomene und Rätsel der Natur erklären wird. Zitat Ende Der Mond wird behauptet, er habe eine Neigung, zur Erde zu fallen, und Erde und Mond zusammen zur Sonne. Dasselbe Verhältnis wird zwischen all den kleineren und größeren Leuchtkörpern am Firmament angenommen, und es wurde bald unerlässlich, diese Annahmen ins Unendliche auszudehnen. Das Universum war abgetrennt in nebeneinander existierende Systeme und unermesslich. Von Sonnen, Planeten, Satelliten und Kometen wurde angenommen, dass es sie unbegrenzt in der Anzahl und grenzenlos in der Ausdehnung gibt, und ermöglichten den Theoretikern wechselhafte und gleichbleibende wiederkehrende Phänomene zu erklären, welche überall zu beobachten waren. Von diesen zahllosen und für immer sich ausbreitenden Objekten wurde behauptet, sie wären Sphären. Die Erde, die wir bewohnen, wurde Planet genannt, und weil anzunehmen war, dass die leuchtenden Objekte am Firmament, die Planeten genannt wurden, kugelförmig wären und sich bewegen, so war es annehmbar zu vermuten, dass da die Erde ein Planet war, muss sie ebenfalls kugelförmig sein und sich bewegen. Ergo, die Erde ist eine Kugel und sie ist bewohnt, so ist es wieder annehmbar zu schließen, dass die Planeten Welten der Erde gleich sind und von fühlenden Wesen bewohnt werden. Was für eine Annahme! Welch empörende Perversion der geistigen Fähigkeiten! Zitat Ende Gabriel Henriette schrieb, Kopernikus stellte die Theorie der Drehung der Erde um die Sonne vor, um den Zyklus der Jahreszeiten zu erklären. Seine Theorie ist nicht sehr befriedigend hinsichtlich, dass die Erde angeblich an ihrer weitesten Entfernung zur Sonne ist, wenn es Sommer ist und heißes Wetter, und an ihrer kürzesten Distanz, wenn es Winter ist und die Temperaturen am niedrigsten. Diese unüblichen Bedingungen, welche sich klar den Naturgesetzen bezüglich der Hitze entgegensetzen, sind wie gesagt aufgrund der Winkel, welche die Sonnenstrahlen beim Erreichen der Erdoberfläche bilden. Es wird auch behauptet, dass der Gegensatz der Jahreszeiten nördlich und südlich des Äquators wegen einer Neigung der Erde ist, erst zur einen Seite, dann zur anderen, welche praktischerweise genau im richtigen Moment geschieht. Jedoch wird nichts von der Verlagerung der Gewässer, der Meere und der Flüsse erwähnt, die dieser Wechsel in der Mitte der Schwerkraft und in der Lage der Erde unvermeidlich zweimal im Jahr mit sich bringen würde. Es mag auch angenommen werden, dass sich sehr hohe Gebäude zur Seite neigen würden. Die amerikanischen Wolkenkratzer und der Eiffelturm zum Beispiel können nicht dabei beobachtet werden, wie sie sich gemäß den Jahreszeiten nach links oder nach rechts lehnen, obwohl dies eine logische und eine natürliche Folge der wechselnden Neigungen wären, die der Erde zugeschrieben wurden. Zitat Ende Wenn die Erde eine Kugel wäre, die täglich mit einer einheitlichen Geschwindigkeit an ihrer senkrechten Achse rotiert, einmal jährlich die Sonne umkreist, dann wäre die Folge, dass die halbe Erdkugel immer im Sonnenlicht wäre, während die andere Hälfte dunkel wäre. Jeder Ort der Erdkugel würde das gleiche Maß an Tag und Nacht erhalten. In der Wirklichkeit jedoch sind die drastisch variierenden Längen von Tag-Nacht auf der Erde übereinstimmend mit dem geozentrischen, planetaristischen Modell. Wenn die Erde eine Kugel wäre, wären folglich die Jahreszeiten weltweit gleichzeitig aufgrund der Entfernung zur Sonne. Wenn die Erde am weitesten von der Sonne entfernt ist, sollte die gesamte Erdkugel im Winter erstarren und die kältesten Temperaturen des Jahres aufzeichnen. Wenn die Erde der Sonne am nächsten ist, sollte auf der gesamten Erdkugel Sommer herrschen und die wärmsten Temperaturen des Jahres aufgezeichnet werden. In der Wirklichkeit jedoch ist dies nicht der Fall. Die gefrorenen Tiefen der Antarktis bleiben ewig eisig unheil verkündend, während nur einige tausend Kilometer entfernt tropischer Sommer herrscht. Wie kommt es, dass die Hitze der Sonne angeblich von erstaunlichen 150 Millionen Kilometer herkommt, um gleichzeitig die Haut der Sonnenhungrigen auf Hawaii zu verbrennen und nur einige tausend Kilometer weiter weg die antarktischen Forscher in ihren dicksten Stiefeln frieren lässt? Dr. Samuel Rowbotham schrieb, Es ist geometrisch nachweisbar, dass all die sichtbaren Leuchtkörper am Fernmoment innerhalb einer Entfernung von einigen tausend Kilometern von der Erde sind, nicht mehr als die Entfernung, die sich vom Nordpol zum Kap der guten Hoffnung spannt, und dass der Grundsatz der Messung, jener der flachen Dreiecksberechnung mit veränderlicher genau bemessener Grundlinie, welcher diese wichtige Tatsache aufzeigt, einer ist, den ein Mathematiker, der von sich behauptet, ein Meister der Wissenschaft zu sein, für einen Moment bestreiten wird. All diese Leuchtkörper und die Sonne selbst können im Vergleich zur Erde, die wir bewohnen, nichts anderes als sehr klein sein. Sie bewegen sich alle über die Erde, die allein unbeweglich ist. Und daher können sie nicht mehr als zweitrangige, untergeordnete Strukturen sein, die ständig der starren Erde und ihren Bewohnern zu Diensten sind. Dies ist eine klare, einfache und in jeder Hinsicht nachweisbare Philosophie, die mit der Wahrnehmung unserer Sinne übereinstimmt, durch jedes ordentlich durchgeführte Experiment erhärtet wird und nie einen Verstoß gegen diese Grundsätze der Nachforschung erfordert hat, welche der menschliche Geist immer anerkannt hat und auf den er sich seit seiner frühesten Zeit verlassen hat. Die moderne oder newtonsche Astronomie hat keine dieser Eigenschaften. Das ganze System zusammengenommen stellt eine monströse Widersinnigkeit dar. Ja, es ist von Grunde auf falsch, unrichtig, unlauter und unlogisch, in seinen Einzelheiten und in seiner Schlussfolgerung unbeständig und gegensätzlich. Schlimmer noch ist sie eine reiche Quelle der Irreligiosität und des Atheismus, welche ihre Verfechter im Grunde unterstützen. Durch die Verteidigung eines Systems, welches unmittelbar gegensätzlich zu jenem ist, welches im Zusammenhang mit der jüdischen und christlichen Religion gelehrt wird, verführen sie kritische und wagemutigere Geister dazu, die in den heiligen Büchern enthaltene Entstehung des Universums und des Hauptgedankens zu hinterfragen und zu verspotten. Weil die Theorie Newtons für wahrgehalten wird, werden sie dazu verleitet, die Überlieferungen insgesamt abzulehnen, die Anbetung zu ignorieren und die Existenz eines Schöpfers und obersten Herrschers der Welt zu bezweifeln und zu bestreiten. Zitat Ende Die Tatsachen und die bereits durchgeführten Experimente der uns geleitet hat, direkt über uns ist oder senkrecht zu unserer Position. Dieses Gebiet ist tatsächlich der Mittelpunkt der Erde und kürzliche Beobachtungen scheinen zu beweisen, dass er ein gewaltiges Gezeitenmeer ist, ungefähr 1600 Kilometer im Durchmesser und umgeben von einem großen Eiswall oder Eisgrenze, 130 bis 160 Kilometer breit. Wenn wir von diesem zentralen Gebiet den Umriss der Länder, welche von ihm hervorragen oder ausgehen, ziehen und die Oberfläche, welche oberhalb des Wassers ist, stellen wir fest, dass die gegebene Gestalt des Festlandes oder das Trockene, die von den Wassern der großen Tiefe herausragt, eine unregelmäßige Masse von Kaps, Buchten und Inseln ist, die in großen Steilufern oder Landzungen hauptsächlich in Richtung Süden hervorragend oder zumindest in eine Richtung von der großen nördlichen Mitte weg, ist. Wenn wir nun beständig mit unserem Rücken zu Polaris oder der Mitte der Erdoberfläche segeln, sollten wir an einem anderen Eisgebiet ankommen. Auf welchem Breitengrad auch immer wir segeln, die nördliche Mitte hinter uns lassend, werden wir an der Weiterreise durch ausgedehnte und imposante Eisklippen geprüft. Wenn wir uns nach rechts oder links auf unserem Breitengrad wenden, begleiten uns diese Eisbarrieren unsere ganze Überfahrt über. Daher haben wir festgestellt, dass es an der Mitte der Erde ein großes Gezeitenmeer gibt, mit einem fast 160 Kilometer dicken, eingrenzenden Eiswall, 4800 Kilometer im Umfang, dass sich von dieser eisigen Mauer unregelmäßige Landmassen nach Süden ausbreiten, wo eine trostlose Wüste wirbelnden Wassers die Kontinente umgibt und selbst von einem ausgedehnten Gürtel und Brocken von Eis umgeben ist, begrenzt durch riesige gefrorene Schranken, deren Breite und Ausdehnungen gänzlich unbekannt sind. Wie weit das Eis reicht, wie es aufhört und was es dahinter gibt, sind Fragen, auf welche keine menschliche Erfahrung eine Antwort geben kann. Alles, was wir momentan wissen, ist, dass Schnee und Hagel, heulende Winde und unbeschreibliche Stürme und Orkane vorherrschen und dass der menschliche Zutritt in jede Richtung durch versiegelte Böschungen ewigen Eises beschränkt ist, weiterreichend als das Auge oder Teleskop eindringen kann und sich in Finsternis und Dunkelheit verlierend. Zitat Ende. Was zur Zeit unbekannt bleibt, sind erstens die Ausdehnung des antarktischen Eiswalls. Wie weit kann jemand südwärts auf dem Eiswall gehen? Ist es für immer nur Wasser, Schnee, Eis und Dunkelheit oder gibt es eine Grenze? Wie die Glaswand im Film Truman Show. Zweitens gibt es eine Grenze im All. Ist das Universum unendlich oder wie die Bibel behauptet, befindet sich innerhalb ein physisches Firmament des Himmelsgewölbe? Drittens. Was gibt es unter der mächtigen Tiefe? Ist sie nur tieferes und dunkleres, nach unten gehendes Wasser für ewig oder gibt es eine Grenze? Dr. Samuel Robotham schrieb, wenn die Erde ein in und auf den Wassern der großen Tiefe stehendes, verschiedenartiges Gefüge ist, folgt daraus, es sei denn, es zeigt sich, dass etwas anderes die Meere aufrechterhält, dass die Tiefe bodenlos ist. Da es keinen Beweis gibt, was auch immer sich unter der großen Tiefe befinden könnte und da in vielen Teilen des Atlantischen und des Pazifischen Ozeans mit den wissenschaftlichsten und wirkungsvollsten Mitteln, welche menschliche Einfallsreichtum entwickeln könnte, kein Tiefpunkt gefunden wurde, sind wir zu der Schlussfolgerung gezwungen, dass die Tiefe grenzenlos ist. Zitat Ende Gabriel Henriette schrieb, seit den frühesten Zeiten wurde geglaubt und gesagt, dass die Himmel kein leerer Raum seien, sondern eine solide Oberfläche. Die Chaldea und Ägypter betrachteten den Himmel als die massive Decke der Welt und in Indien und Persien wurde er als ein metallischer Deckel betrachtet, flach oder ausgebuchtet oder sogar pyramidal. Bis zum 17. Jahrhundert wurde die Erde stets als die Mitte einer leeren Kugel mit festen Wänden betrachtet und deswegen wurde sie immer mit einer Decke dargestellt. Diese unentbehrliche Ergänzung wurde jedoch der Annehmlichkeit halber zu Beginn der Gravitationstheorie abgeschafft, da eine den Raum und die Erde begrenzende feste Kuppel die ausschweifenden Bewegungen der Planeten, welche in irrsinnigen Entfernungen rotierend in die Luft geschickt wurden, unmöglich machen würde. Daher verschwand ab dieser Zeit vollkommen die allgemein seit tausenden Jahren akzeptierte Tatsache, dass der Himmel eine feste Oberfläche ist. Nichtsdestotrotz ist die mögliche Existenz eines festen Gewölbes über der Erde eine Frage von großer Wichtigkeit im Hinblick auf die schweren Folgen, welche sich aus dieser Tatsache ergeben würden, wenn sie sich als wahr herausstellt. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die generelle Reaktion Ungläubigkeit sein würde oder andererseits muss man in Betracht ziehen, dass es nicht von ungefähr kommt, dass die antiken Völker an die Existenz eines materiellen Himmelsgewölbes glaubten. Auch nicht von ungefähr, dass sich diese Vorstellung seit frühester Zeit bis zum 17. Jahrhundert hielt, in allen Teilen der Welt. Die Planeten sind keine feste, undurchsichtige Masse von Materie, wie angenommen wird. Sie sind einfach nicht materielle, leuchtende und durchsichtige Scheiben. Und unter diesen Umständen ist es klar, dass die Krater, Berge und Täler, welche es auf der Oberfläche dieser imaginären Massen geben sollte, die topografischen Merkmale eines soliden Himmelsgewölbes sind, welche erleuchtet sind und die leuchtenden und transparenten Scheiben, die wir Planeten nennen, hervorheben. Es sollte ebenfalls klar sein, dass die Linse eines Teleskops eine anscheinende Ausbuchtung verursacht, welche als herausragende Erleichterung den Eindruck einer kugelförmigen Masse vermittelt. Aber diese ausbuchtende Wirkung ist lediglich eine optische Täuschung. Zitat Ende Planeteristen waren historisch nicht nur das Ziel heftigen Spots und Ächtung, viele wurden dafür, dass sie ihrer Vorstellung anhingen, bedroht und angegriffen. Ich wurde persönlich bei mehreren Gelegenheiten für mein Werk, ihre Verschwörungen, Schwindel und Manipulationen bloßzustellen, von Freimaurern bedroht. Der Präsident der Flat Earth Society, Charles K. Johnson, behauptete, ein Mann von der NASA versuche, ihn umzubringen. Und später brannte ein großes, verdächtiges Feuer sein Haus nieder, wahrscheinlich das Ergebnis von Brandstiftung, die seine ganze wissenschaftliche Bibliothek zerstörte, alle Aufzeichnungen und Kontakte zu den Mitgliedern der Flat Earth Society. Der bekannteste Planeterist der heutigen Zeit, Dr. Samuel Robotham, hatte ebenfalls seine Schwierigkeiten mit gewalttätiger Gegenseite. Er schrieb, das Zitat, Für eine lange Zeit von 31 Jahren habe ich mich eigenhändig damit beschäftigt, dieses Thema der Welt vorzustellen, sowohl bei Lesungen wie in Zeitschriften und reiste von Ort zu Ort, niemals länger als einige Monate an einem Ort verweilend, aber wie ein wissenschaftlicher, philosophischer Streuner sein Zelt abreißend und wieder hier, dort und überall aufschlagend, um die Aufmerksamkeit von allen Klassen und Stufen der Akademiker auf diese große Frage zu lenken. Und natürlich musste ich jede mögliche Art des Widerstandes auf mich nehmen, die erbittertesten Anschuldigungen, oft in Gewaltandrohungen und persönlichen Angriffen gipfelnd, die unflätigsten Verdrehungen, die rücksichtsloseste Verleumdung und die wildesten und verzweifelsten Bemühungen, meine Karriere zu vereiteln und meinem Leben entgegenzuwirken. Es wurde eine Pflicht, Überwindung und Gebot, sie in offener, erklärter und unnachgiebiger Empörung zu stellen, zu verkünden, dass ihre unwidersprochene Herrschaft des Fehlers und des Irrtums vorbei ist und dass sie daher, wie ein gestürztes Königshaus, schrumpfen und verschwinden müssen, den Thron und das Reich jenen erwachenden Geistern überlassend, deren Anzahl beständig steigt und deren Marsch rasch und unwiderstehlich ist. Die Kämpfer für Wahrheit und Vernunft haben ihr Schwert gezogen und ehe eine andere Generation ausgebildet wurde, wird sie die Thronräuber dazu zwingen, abzudanken. Zitat Ende. Johann Wolfgang von Goethe schrieb, Es darf kühn gefragt werden, ob es einen Mann gibt, welcher die außerordentlichen Fähigkeiten von Newton besitzt, der sich selbst durch einen solchen Hokuspokus täuschen lässt, wenn er sich nicht schon gewollt vorab selbst betrogen hat. Nur diejenigen, die die Kraft der Selbsttäuschung kennen und das Ausmaß, mit dem sie sich manchmal in die Unehrlichkeit gräbt, sind in der Lage, das Verhalten von Newton und Newtons Lehre zu erklären. Um seine unnatürliche Theorie zu untermauern, häuft Newton Fantasie auf Fantasie, strebt nach Blendungen, wo er nicht überzeugen kann. In welcher Art und Weise diese Angelegenheit auch zustande kam, ich muss immer noch sagen, dass ich diese Theorie der Weltentstehungslehre verfluche und ich hoffe, dass zufällig irgendein junger, gescheiter Wissenschaftler erscheint, der Courage genug hat, diesen weltweit verbreiteten Wahn von Irren rechtzeitig zu stürzen. Zitat Ende. David Wardlow Scott schrieb, Ich könnte leicht andere gute Fachleute mit ähnlicher Wirkung zitieren, aber ich denke, es wurde schon genug angegeben, um aufzuzeigen, dass die Widersinnigkeiten der modernen Astronomie der Welt nicht ohne den starken Widerspruch von nachdenklichen Geistern aufgebürdet wurde und ich vertraue aufrichtig darauf, dass die folgenden Seiten sich für manche redlichen Denker als nützlich erweisen, nicht nur bei der Bloßstellung der Ehrtümer dieser eingebildeten Wissenschaft, sondern auch bei der Darstellung der wahren Stellung der Welt, wie sie durch Tatsachen der Natur bewiesen wurde. Ich vertraue aufrichtig darauf, dass nach der Betrachtung der Beweise, welche vor ihm ausgebreitet wurden, der denkende Leser deutlich sehen wird, dass diese unsere Welt kein Planet ist, wie von modernen Astronomen behauptet, sondern ein wirklich fester Boden, stehend auf den Wasser der großen Tiefe, von welcher mit unablässigem Strom die Flüsse der Erde kommen und zurückkehren, in Abstimmung mit der weisen und wohlwollenden Gesinnung unseres göttlichen Schöpfers. Zitat Ende. Dr. Samuel Robotham schrieb, Daher stellen wir fest, dass die newtonsche Philosophie bar jeder Folgerichtigkeit ist. Ihre Angaben sind das Ergebnis eines gänzlichen Verstoßes gegen die Gesetze der gerechtfertigten Schlussfolgerung und alle ihre Voraussetzungen sind vermutet. Sie ist tatsächlich nicht mehr als Vermutung über Vermutung und die von ihr abgeleiteten Schlüsse sind absichtlich als bewiesen betrachtet und werden als Wahrheit angenommen, um die ersten und grundsätzlichen Vermutungen zu erklären. Solch ein wie in der theoretischen Astronomie ausgeweitetes und zugespitztes Jonglieren und Chaos von Fantasien und Fehlern lässt den unvoreingenommenen Forscher mit Abscheu von dem furchtbaren Zauber, der auf ihn angewendet wurde, zurückweichen, um ernsthaft zu beschließen, ihrer weiteren Entwicklung zu widerstehen, das ganze Lügengebäude umzukippen und in seinen Ruinen die falschen Lorbeeren, mit denen ihre Erfinder bedacht wurden, zu begraben und mit denen ihre Verehrer sie immer noch bedenken. Für das Studium, die Geduld, das Durchhaltevermögen und die Hingabe braucht das Beispiel die Achtung und der Applaus für sie nicht zurückgehalten zu werden, aber ihre falschen Begründungen, die Vorteile, welche sie aus der allgemeinen Unwissenheit der Menschheit hinsichtlich astronomischen Themen gezogen haben und die unbegründeten Theorien, die sie vorgebracht und verteidigt haben, können nicht anders als bedauert werden und sollten mit allen möglichen Mitteln Einhalt geboten werden. Die Erdkugel-Lüge oder wie ich das Buch nenne die flache Erde-Verschwörung ist meiner aufrichtigen Meinung nach der größte Schwindel der Menschheitsgeschichte und wichtigste Tabuthema, das dringend aufgedeckt werden muss. Wenn die Menschen das Ausmaß wüssten, wie sie seit der Geburt hirngewaschen und belogen werden, würde es auf der Stelle eine wahrhaftige Revolution des kritischen Denkens, der Selbstachtung und den Glauben an Gott geben. Die neue Weltordnungs-Globalisten, des Teufels prophezeite freimaurische Lakaien der One-World-Regierung, sind überall und verbreiten ihre wissenschaftliche Fehlinformation, täuschen die Erwählten und treiben die Schafsmenschen zu ihrem Schlachter. Bitte verbreitet die Wahrheit bei Freunden, Familie, Nachbarn und Kollegen, leitet sie zur Netzseite atlantianconspiracy.com und schickt ihnen Kopien dieses Buches, um ihnen beim Erwachen zu helfen und um meine lebenslangen Bemühungen zu unterstützen, der flachen Erde Wahrheit, Freiheit, Frieden und Liebe zu bringen.